Musik Meine Lieben und ich heiße euch willkommen im wunderschönen Saarland in St. Wendel, wo wir heute den besten Burger im kompletten Westkreis testen werden. Der gute Pascal Thome schreibt, Bruder Jakob, mit Auszeichnungsbeliebtesten Burgerlern 21200, der ganze Westkreis, wird der gute Burger deinen Gaumen verwöhnen. Wir werden schauen, es ist eine Trilogie am Start, Leute. Wir testen alle Spots ab, es sind geile Dinger, viel Spaß hier im Saarland, wir gucken, was das Saarland kann, wir sind direkt am Start, Achmed, bist du heiß oder heiß? Rein nicht so rum, Achmed. Getestet jetzt, übrigens wird Bruder Jakob, kleine Geschichte dazu, nur, das liegt, wie das entstanden ist. Ich will jetzt keinen Klugscheiß machen, ich hasse das eigentlich, wenn Leute immer so Storys rauslauen, aber warum geht mein Handy immer nach oben? Habe ich! Achmed, hör mir zu, wenn ich dir was Wichtiges erzähle, wovon man lernen kann. Die Bremer Stadtmusikanten hatten einen unehelichen Bruder. Da er unehelich war, haben sie den Ehrenbruder getauft, der ist hierhin gezogen nach St. Wendel und hat das Lied Bruder Jakob gesungen und wurde dazu zum Ehrenbruder der Stadtmusikanten und dieses Lied kommt aus St. Bendel. Bruder Jakob, Bruder Jakob. Meinst du, das schlägt doch? Ja. Das ging schnell, du. Du dachtest, wir müssen jetzt Marathon laufen, ne? Bruder Jakob. Also wirklich jetzt mal. Weißt du, euch das auf der Zunge zergehen? Besten Bürger 2023 im ganzen Saarland rausgezeichnet, der muss was können. Mit Ansage, wenn der jetzt nichts kann, dann seid ihr Lappen, wenn er jetzt wirklich gar nichts kann. Kennen Sie den Bruder Jakob hier im guten Saarland? Ja. Ja? Ist das ein guter Bürger? Ja, ja. Er hat sogar den Preis gewonnen. Zum Besten im ganzen Westkreis. Ja. Gell? Ja. Wir werden ihn testen. Schönen Tag noch. Tschüssi. Guten Morgen. Guten Morgen. Achmedlein. Du hast recht, ja. Aber das gefällt mir, wie du agierst heute im Video. Obwohl ich nichts gegessen habe. Ja, ja. Deshalb. Das gibt manchmal mehr Power. Es gibt mehr Power. Der Körper ist dazu geschaffen, Fastenzeiten einzuräumen. Guck mal, wie der sich einbringt, der Achmed. Burger, Bar, Café. Burger, Bar, Café. Etablissement. Schau mal vor, du kriegst so Burger-Menü mit einem Creme-Café. Assa-Cola. Ja. So, jetzt geht's drin, Leute. Denkt dran. Daumen oben knallen lassen. Ich bin hier schon wieder 5,5 Stunden. In 6 Stunden sind wir gefahren. Wirklich, wir haben unser Leben riskiert. Kein Leidplan gar nicht. Mein Leben schon wieder. Seid ihr aufs Spiel für euch für dieses Video? Ja, wir gehen jetzt rein erstmal. Sehr groben. Achmed sagt schon, er fühlt sich unwohl. Ja. Also, Leute. Es ist ein sehr schönes Restaurant hier. Wirklich cool. Wirklich voll. Von jung bis alt ist auch mal ein gutes Zeichen. Wir gucken uns das mal an. Wir können auch das Burger-Braten begleiten. Ich zeige euch erstmal ein paar Aufnahmen hier vom Laden. Beliebtes Laden im ganzen Westkreis. Burger. Burger. Also, wir würden einen Cheeseburger nehmen. Medium oder so? Medium, gerne. Also, ich habe hier den Manuel Amstatt, den Chef-Inhaber hier vom Laden. Inhaber. Also, wir sind ja auf euch aufmerksam gekommen, also ursprünglich durch einen Kommentar vom Zuschauer. Und ihr seid ja der beliebteste Burger im ganzen Westkreis, beziehungsweise die Auszeichnung bekommen. Genau. So ist es, ja. Wie kommt das zustande? Das kommt ja nicht einfach so, sondern ihr habt schon irgendwie was zu bieten. Ja, genau. Uns gibt es jetzt seit sieben Jahren und wir legen vor allem besonderen Wert auf regionale Produkte. Arbeiten mit einer Fleischerei, Metzgerei hier aus der Region zusammen. Die 500 Meter von hier. Einen Bäcker aus der Region. Und vor allem, dass wir alles raus machen. Selbst gemacht. Selbst die Banz auch? Wir haben einen Bäcker, der für uns die Banz. Genau. Also zwei Bäcker. Ja, dann schauen wir mal. Gehen wir gleich mit in die Küche. Gerne. Und sag gerne Bescheid, wenn wir soweit sind. Ja, ich melde mich bei euch. Okay. Danke dir. Wie ist dein Name, falls ich irgendwas mal fragen will? Aaron. Aaron. Oh, Aaron passt der Name. 150 Gramm sind das, ja? Sehr schön. Du bist hier gelernter Koch? Ja. Ja? Ach, ihr habt einen Smash-Burger sogar? Oha. Pass auf Leute, die haben auch einen Smash-Burger. Wir machen dann zwei Runden. Einmal jetzt den normalen Burger. Testen den. Gehen in die zweite Runde mit Smash. Ganz andere Liga. Kann das eine geil sein, das andere Müll. Kann alles passieren. Na, Aaron? Auf jeden Fall. Double Smash-Burger ist der beste Burger in den Liga. Besser als der normale Liga. Du smashst ihn mit der Hand vor? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Geil, ich feier dich jetzt schon ab. Ich nerv dich jetzt auch, während du Sachen gleichzeitig machst. Ja, alles okay. Aber in der Küche muss man das können. Kommt der von der Seite, will das haben, will das haben. Du musst einfach immer mit deinem Kopf überall sein. Überall und zur Stelle, ne? Ja. Aber wenn du das drauf hast, dann ist es gut. Hast du schon mal mit einer was aus der Küche gehabt? Nein. Nicht das Scheiß, wo man esst, sagt man, ne? Aber meine Freundin muss uns sagen. Die ist im Service. Ah, die ist das gleiche. Die ist das gleiche. Die uns bedient halt auch. Die Servicekraft, ne? Ja. Guter Fang, muss man sagen. Auf jeden Fall. Glückwunsch, Bruder. Komm her. Aber warum nehmt ihr keine Metallglocken zum Beispiel jetzt für die Burger? Weil wir sehr gut mit dem System klarkommen. Kommt mal gut mit klar. Also, da füllt auch seinen Zweck. Aber ich glaube, mit einer Metallglocken würdet ihr günstiger fahren auf Dauer. Ja. Mächtig viel Salat. Ordentlich dicke Gurke. Mal was anderes. Also, wir müssen raus, Leute. Wir müssen raus. Einfach, weil es lauter ist. Ich glaube, das nervt auf Dauer. Ich kann es nicht einschätzen. Vorsichtsmaßnahme. Aber ich kann mich hinsetzen. Also, vor Diagnose. Bin im Moment auf Gasschufen filmen. Gefällt mir wieder richtig gut. Sehr viel Salat. Natürlich auch dicke Gurke, wo man vielleicht auf Anhieb in Stutzen kommt. Fleisch gar nicht so doll gerüstet. Wird mächtig Medium sein, denke ich. Wir lassen uns überraschen. Ich glaube, eine sehr dunkle Soße. War das auf meinem Burger, die ihr da draufkommt? Nein. Das war auf deinem, ne? Sehr knuspriges Bun. Komm her, mein Lieber. Ganz knuspriges Bun. Weich, aber von innen wirklich weich. Das mit der Gurke tatsächlich. Wo ich dachte, das kommt eben nicht gut. Kommt sehr gut rüber. Bis halt wieder eine ganz andere Welt, wo man eintaucht. Das ist zum einen natürlich das dicke Patty. Du hast aber auch ganz andere Soßen. Du bist nicht mehr klassisch beschränkt auf dieses Ketchup, Mayo Ding. Und du hast eigene Burgersaucen. Du hast nicht diese Dinger, die du sonst immer hast. Hast auch mal vernünftigen Käse. Auf Dauer macht es mir ein bisschen zu schaffen, immer diese Schmelzkäse-Varianten. Ich esse auch gerne vernünftigen Käse auf dem Burger. Ich lege mir wirklich fern, so eine dicke Gurke auf einen Burger zu ballern. Ich habe mal irgendwann auf stumpf mein erstes Burger-Video gemacht. War auch nichts. Haben auch viele mich kritisiert, weil ich eben genau das gemacht habe. Aber hier drauf bockt das. Wollen wir uns mal auf die Sachen beschränken, die wirklich anders bei dem Burger sind. Und was wirklich anders ist und neu und diesen Burger charakteristisch für mich auch einzigartig macht. Der hat eine ganz spezielle Note in sich. Du kannst es nicht wirklich Butter nennen. Ich würde ja sagen, es geht in die milchige Richtung. Wie das genau zustande kommt, habe ich keinen Plan. Ich weiß nicht, wie sie es machen. Hat aber eine ganz spezielle, süßlich, liebliche Geschmacksbeinote. Sag ich jetzt mal einfach, auch wenn es jetzt dämlich ausgedrückt war. Aber wirklich, wirklich schön. Das macht das Ganze wirklich ganz ähnlich wie Butter. Aber halt eben doch keine Butter. Anders kann ich es nicht sagen. Das ist ja spannend. Das ist auch ein Grund, warum wir da oben noch keine 9,8 oder 9,7 oder so haben. Wirklich ein Burgerladen, der alles perfekt macht. Das Fleisch perfekt. So, nimm dir mal zum Beispiel Goldie. Das Fleisch perfekt. Diese Zusammenstellung. Boom. Aber beim Bun fehlt für mich noch der letzte Kick von einer Besonderheit. Martens Potato Buns sind geil, die da genutzt werden. Aber da fehlt für mich der Feinschliff. Die handwerkliche Raffinesse eines Bäckermeisters beispielsweise. Sitzweide. Für Werdo kommt zum Schluss gepaart. Wir gehen jetzt erstmal in die Runde Smashburger. Los in Runde 2, was ich erst mal interessant finde, die machen es in Butter. Wenn du das mit Butter tränst, ist der Geschmack von dem Fleisch einfach deutlich intensiver, wie wenn du das mit Fett tränst. Ja krass, also ich muss sagen, ich weiß nicht, ob das Video schon draußen ist, in Butter habe ich es vorhin nie gesehen, einmal jetzt zufällig im Video, da wurde es allerdings mit Öl gemischt, um halt auch die Möglichkeit es doch stärker zu erhitzen, zu erhöhen. Was hast du da drauf gemacht auf die Zwiebeln und davor noch, das ist ja auch irgendwas, Honig hast du auch? Die Zwiebeln und das ist ja auch irgendwas. Wie, wenn du das mit Fett tränst, hältst du auch mit Fett tränzen? Das ist ja auch immer so schnell, was hast du gesagt. Ich bin Fett tränst, der nicht nur noch, Guckt euch das Ding an, schön weich. Das ist sapschig, genau wie ich es mag. So viel Käse, selten gesehen. Ein Butterbraten, nur zumindest auch noch nicht aufgefallen. Ist natürlich schwierig, krass Hitze reinzukriegen, wenn du es mit Butter machst, aber es scheint zu klappen. Sehr käsig. Erster Eindruck, mega intensive Butterigkeit, wenn du reinbeißt. Das habe ich in letzter Zeit selten gehabt, generell sehr selten. Scheint auch nicht so einfach zu sein. Ich habe ja auch jetzt viel Selfmade Burger gemacht. Und in der Theorie scheint es immer leicht, mehr Butter, viel hilft viel. Aber klappen scheint es irgendwie dann doch nicht. Und irgendwie kann ich euch auch nicht sagen, wo der Punkt ist, warum es klappt oder warum es nicht klappt. Aber in dem Fall hat es geklappt. Auch Käse nicht penetrant. Zwischendrin ploppt er mal ganz kurz auf, ist ihn aber auch wieder weg. Kleines Manko, Säure im leichten Ungleichgewicht. Ein bisschen zu intensive Säure, aber auch noch im Rahmen, wirklich im Rahmen. Schön gemacht mit den Zwiebeln, mit dem Honig. Also ich sage euch so, Saarland generell, merke ich gerade, beide Tendenz oben mit dabei. Pass auf, Cheeseburger, stark mit der Gurke. Hatte so ein bisschen Brötchencharakter. Also wenn man sich Brötchen schmieren, frisch mit Käse, dick Gurke drauf. Hat so ein bisschen Tatsche reingegeben, war was Neues, fand ich geil. Fleisch super, schön weich, geschmeidig vom Bist. Und dann hast du diese Milchigkeit im Bann gehabt, was mich wirklich abgeholt hat. Zwei Punkte bei dem Burger, die ich einfach so noch überhaupt nicht gehabt habe. Allerdings, einfach, wenn ich den Geschmack bewerte, war es nicht mehr als eine Acht. Schafft es nicht ins Ranking rein, aber ein starker Burger. Smash Burger für mich auch, beziehungsweise sogar noch ein bisschen stärker gewesen. Super Butterigkeit. Diesen Honig, womit sie die Zwiebeln karamellisiert haben. Honig ist ja nicht gleich Honig. Es gibt ja zig Sorten Honig. Und das hat einfach auch in diesem Punkt wieder einen Geschmack geliefert, den ich so in den Burger noch nie gespürt habe. Das war teilweise, wenn du diesen, ob es jetzt Zucker ist oder Honig, wenn du es karamellisierst, dann kriegst du natürlich, ich sage jetzt mal, ich hasse eigentlich diese englischen Ausdrücke, diesen Candy-Charakter. Wenn du jetzt irgendwo aus einer Zuckerwattenbude was holst, den hast du auch drin gehabt, aber in der Form, wie ich ihn noch nicht hatte. Mega lecker. Butterigkeit drin gehabt. Schöne Käsenote. Säure ein bisschen reingekickt. Gebe ich sogar 8,2 Punkte. Starkes Ding. Nicht ganz Ranking. Alle lieben Pascal Thome, danke für das Kommentar. Geilen Laden hast du empfohlen. Mega geil. Schreibt mir auch gerne eure Empfehlungen rein. Ich gebe wirklich alles, um zwischendurch auch immer diese Empfehlungen reinzudornen. Auch bei mir auf dem Zweitkanal HolleTV sind jetzt geile Videos auch draußen. Ja, lasst den Daumen oben knallen, würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video.